Ja, liebe Leute, hiermit wieder hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Ja, wir haben im letzten Tag hier einen Zaubertisch hingemacht, sind auch ins Dorf hingegangen, äh, haben jetzt schon ein paar Bücherregale hingemacht. Ich hoffe, ich mach das auch alles richtig. Ähm, ja. Und, genau, ich hab noch ein weiteres Stockwerk gebaut und so weiter und so fort. Und, mach ich hier noch ein paar Leitern mehr, weil ich das vielleicht auch hier in der anderen Anzeige, genau. Achso, ich kann auch zweimal draufklicken. Okay, alles gut. Brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr Steinen, wobei ich dir wahrscheinlich hier noch der zweite Seite etwas, ah ja, äh, paar mehr, wollte ich sagen. Die Leiter hab ich jetzt nur gemacht, dass ich hier auch nach oben kommen sollte. Hier. Ui. Ich werd jetzt fast nach unten rum ausversiehen. Sollte vielleicht nicht in der Nacht hier bauen. bloß hier, das ist einfach nur ein Turm. Ist ja auch egal. So kann man die auch bauen. Ich hab jetzt hier nicht vor, irgendwie, ähm, ich sag mal, das Beste vom Besten hinzubekommen. Also, dass man sagt, Uoool, Neaxx24 Studio, oh, der baut, der baut in Minecraft die besten Häuser. Ne. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich bei dem LP überhaupt sowas machen möchte. Da, voll die guten Häuser bauen und so. Habe ich gar nicht vor. So. Bräuchte ich einfach noch mehr. Kannst nur nicht nachts schlafen. Ja, und was ist das Tag, oder was? Wo ist es dunkel? Heißt es Tag, ja, okay. Ich hab eben auch noch vor, irgendwann... Ob ich das eigentlich sagen? Ich weiß gar nicht. Jetzt hab ich mich sehr verholt. Also, ich hab jedenfalls nicht vor, die ganze Saison hier enorm gut zu machen. Soll ich jetzt ins Nether? Den Eimer bräuchte ich denn nicht mehr. Essen wäre gut. Feuerzeug brauche ich noch. Gut, wenn ich jetzt sterbe, verliere ich am meisten. Die Eisenrüstung, die ich habe, ne? Nur noch acht Fackel. Okay. Okay. Die Diachs würde ich sagen, die lassen wir auch hier. Ähm, ja, ich geh mal ins Nether. Schau mir das mal an, wenn ich dort sterbe. Pech, ja. Und wenn nicht, dann auch. Dann ist es gut. Vielleicht soll ich noch Eisenbezacke hier lassen. Ich schau's mir einfach mal an. Na gut, Level 18. Ich würde hier 18. Ja, ja, ja. In die Garten wollte ich auch mal größer machen, aber ich habe ja das Portal gebaut. Außer, wir gehen noch rein. Wenn ich sterbe, dann pö. Was denn da rein? Halt 18. Ja. Ganz geben. In dem herrn. Äh, ich nehme auch ein Teil. Gerade nicht. Okay. 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 Also, ich sehe sie ja wahrscheinlich dann weniger als ihr. Hä? Eine schreckliche Festung. Okay. Ach so, hier ist schon die Festung. Okay, nice. Jetzt muss ich aber ziemlich vorsichtig sein. Oh, close to me. Wo? Ja, toll. Den habe ich definitiv nicht gesehen. Das hier, wenn ich nicht close to me in der Hand habe. So, einfach mal als Frage. Hier kann man hoch. Das sieht nach Erz aus. Achso, ne, da. Wie hieß das? Ne, da Quatsch. Also, was ich hier in LP sicher nicht machen möchte, ist, da wieder sporen lassen. Ja. Mal so zur Information. Wie das jetzt von mir erwartet. Ich würde es ja vielleicht machen, wenn jemand da eben den Server gemacht hätte, dann würde vielleicht ein Bisseres Schwert mitnehmen. Ach, zum Beispiel. Da hinten sehe ich was brennt. Ne Lohr. Ist enorm dunkle hier drin. Also, ich sehe weniger als ihr. Na toll. Wollte ich schon sagen, nicht. Hälziges. Es ist wirklich enorm dunkel. Ha. Falls es hell wird hier. Ich denke, das liegt auf einem Schader. Ich weiß, dass ich die angreifen könnte und dann vielleicht ein Holzschwert oder sowas bekäme, aber die machen wir nicht. Solsend bräuchte ich. Und wenn jetzt jemand fragt, ob ich weiß, wo ich zurückkomme. Nein, keine Ahnung. Ich habe einfach irgendwo... Ich bin ja irgendwie... Irgendwie... Irgendwo warm. Wie die ganz... Dieser... Dieser Gast. Wie die ganz... Die... Ich würde jetzt gerne Glowstone abbauen, ja? Oh, dafür runter. Ich sehe da gar nicht, wo es hingeht. Also ich glaube, ich mache kurz einen Unterbruch. Und zwar schaue ich, dass ich hier den Monitor für mich hell einstelle. Also, bis gleich. So, meine lieben Leute. Ich habe mal heller angestellt. Ich sehe viel mehr. Ja, gut, ein bisschen mehr sehe ich jetzt. Ja, doch, sehe ich mehr. Gut. Ich bin fast zu hell ein bisschen für mich, aber nur ein bisschen. Da oben ist der Gast. Ich hoffe, wie ihr seht, hm? Zum Glück endlich keine Verzögerung mehr von diesen Schüssen. Das war das, was mich auf der PS3-Version am meisten genervt hat. Immer diese Verzögerung. Jawoll! Zurück zum Absender. Ja, das ist schon fast ein bisschen zu hell. So. Aber das habe ich schon vor. Ja, gibt es noch. Also teilweise natürlich auch nicht. Das ist immer noch für mich ziemlich dunkel. Aber ich glaube, das hat wirklich mit dem Schwede was zu tun. Den mal raushauen würde. Das kann ich ja kurz nach der Aufnahme noch probieren. Äh. Dann werde ich es auch sehen. Ich kann es ruhig ja dann auch noch kurz zeigen. Ich muss mir einfach merken, welcher Schwede was war. Weiß ich schon. Okay. Ja, ich hätte ein besseres Schwert mitnehmen sollen. Also ich sehe die Decke nicht. Vielleicht sieht ihr es. Ich sehe es ja dann mit vor. Hä? Wie viel hat er denn meine Rüstung gefunden? Ich dachte, man wäre da relativ. Ich habe hier keinen Schaden bekommen. Da hatte ich Glück. Ja, ich bin von da oben geboren, glaube ich. Hallo. Was meinen Sie hier? Ich weiß, dass man so eine Falle bauen kann mit denen. Komm. Leider keine Pfeile. Keine Pfeile. Ach, ich war schon in der... Ja. Toll. Ich bin wirklich definitiv hier so in der Festung geworden. Ich baue einfach das Quarz eigentlich für die Level ab. Dann muss ich schauen, dass ich natürlich den Verzauberungs-Tipp noch höher bringe. Das heißt im Prinzip, ich brauche Leder. Das Zuckerrohr hätte ich jetzt. Von einem Wissen. Ich muss mir Papier machen. Komm. Komm. Jawoll! Ich hoffe, ich komme irgendwie an Globes drin ran. Stimmt, wir haben gar noch keine Kiste oder sowas gesehen. Ist mir jetzt aufgefallen. Die müsste es doch irgendwo hier an der Kiste geben. Oh, ich habe den Spawner gefunden. Den Spawner kann man auch vieles. Okay. Ja, schießt noch. So, ich habe den Spawner gefunden. Ich hab jetzt dann keine Fackeln mehr, okay. Äh, von da bin ich nicht gekommen. So. Von da hin. Oh, da ist ein Magma-Slime. Magma-Slime gespawnt, okay. Von da unten komm ich, ja. Okay, wir gehen zurück. Ich muss kurz noch, äh... Oder wir machen den Shader mal raus. Ne, ich muss kurz dann... Einfach... Äh... Äh, wie ne Geiler. Es ist ein bisschen wieder dunkel. Das war jetzt enorm hell für mich. So. Ja. 23 Level. Das nehm ich doch ein Erfolg. Ich glaube, wir bauen hier noch ein bisschen, äh... Hier die Erde ab. Schaufel hab ich noch keine, ja. Da brauch ich jetzt eigentlich ne Truhe für... Ach so. Wir haben hier... Für die, äh... Nether-Thing. Wissen sortieren wir jetzt nicht schlecht. Ehert. 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 Ja gut, dann kann ich da auch reinmachen. Wie sieht eigentlich das hier aus? Dann können wir das nächste Stockwerk eigentlich mit dem machen, würde ich sagen, oder? Sieht das nämlich so aus. Wie hier so was hinmachen. Sieht eigentlich doch gut aus. Können Sie mal von unten anschauen. Dann hat nämlich jedes Stockwerk seine eigene Farbe. So was habe ich nämlich schon mal gebaut. War glaube ich die PC-Version? Ja doch. War eine PC-Version. Durch jedes Stockwerk immer seine eigene Farbe. Ja. Das sieht dann aus wie ein Turm. Okay. Nice. So, jetzt möchte ich eine Schaufel und zwar möchte ich hier ein bisschen Gras wegmachen. Dann kann ich hier auch ein bisschen, ja, den Garten vergrößern, sag ich mal. Ich habe hier auch Kürbisse mal gefunden, dann können wir machen, dass ich noch mehr anpflanzen kann und so. Jetzt bräuchte ich noch Steine. Ich habe doch Steine genommen. Ich habe doch Steine genommen. ich weiß jetzt auch nicht was er da gemacht irgendwie der wieder in die truhe gepackt hat sie gerne richtig rausgenommen ich werde es sowieso dann sehen ja aber ich habe darauf geklickt einfach mal zu sagen es ist nicht meine Schuld bleibt hier wie gesagt auch immer wieder mit dem so die vielleicht ein bisschen und ich hab hier auch draußen gar nicht da können wir sitzen weiß ich hätte sicher irgendwo noch erde gehabt in der truhe oder so aber ich möchte hier auch ein bisschen gerad die ganze Zeit die 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 Prozent 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 So und? Sind du dir schon langweilig mir zuschauen? Na, ich denke dann würde dir da nicht mehr zusehen. Vielleicht ist es euch ja langweilig und darum schaut ihr mir zu. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben, wie spannend oder wie langweilig hier denn das LP findet. Ob es irgendetwas gibt, was es noch bräuchte. Oh, ich bräuchte eigentlich hier noch den Sand. Den holen wir von hier. So, dann kann ich den nämlich schon mal putzen lassen. Das sieht dann speziell aus, dieses Haus. Nur 17. Ja, gut. Das sollte vielleicht reichen. Für den zweiten Stock. Gut, ich habe ja schon ein bisschen noch. Äh, ja. So, ich mache das jetzt einfach so, dass ich hier... Ist nochmal zu. So, ich mache das noch ein bisschen mehr, oder? Ich mache das noch. Dann ist das hier oben da. Und dann mit dem Strug zu экран. Das habe ich vielleicht schon mal gemacht. Dann ist das hier oben. Ich mache das ab. Das ist hier oben da oben. Und dann kommt das oben. Und dann kommt das oben da oben. Und dann ist das oben. Dann ist das oben bzasろう. Das oben da oben da oben. Dann kommt hier oben oben da oben. Ich glaube, es ist langsam wieder Zeit, um Schluss zu machen für heute. Also, für diesen Partys. Ja, das wird ja dann so weitergehen. Dann kann ich hier die Felder so machen. Genau. Ich kann jetzt die Kühe auch noch vermehren, schnell. Oder das mache ich im nächsten Part. Ja, doch, machen wir im nächsten Part. Also, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's play Minecraft. Also, macht's gut. Und tschüss.